Hallo Leute, hier ist wieder Dan28Tube. Ich bin Dan und zeige euch hier jetzt das neue Video. Dieses Mal zocke ich mal wieder Paper.io und let's go. Ich hasse Werbung. Nein. Geht das jetzt mein Fehler? Ach. Ich seh grad, ich zocke ein Wichser. Ich zocke gerade ein älterer Modus. Damals halt. Nein. Haha. Opfer. Oh. Äh. Okay. Nice. Ich wechsle wieder mein Game-Mode. Ja. Das nervt. Warum wird mir eine Toilettenwerbung angezeigt? Was soll das? Ja. Ey. Mann. Schlimmste Runde ever. Anstatt zu zocken? Tja. Habe ich jetzt Probleme. Warum? Muss ich noch mal die Scheißwerbung durchmachen? Schlimmste Runde ever. Neu ist das schlimmstes Video ever. Geht wieder nicht. Geht wieder nicht. Okay. Tja. Tja. Dann sollte ich halt einfach ganz schnell Agario. Agar.io. damit wenigstens irgendwas gemacht wird wird er nachher scheiße beim thumbnail erstellen falls überhaupt wahrscheinlich schon alter okay hab aber auch eine scheiß sicht jeden fall okay das ist nein was ist warum warum muss immer werbung alles werbung ist das jetzt etwa heutzutage her ich hasse werbung also heute bin ich echt schlecht bin ich richtig nein 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 nicht schon wieder nicht schon wieder ich habe keinen bock ständig an dort gekillt zu werden deshalb mache ich übrigens auch nur noch vier runden hier nein 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 na nein 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 scheiße okay nein die zwingen mich hier gerade alle ein schlechteste so schlecht war ich noch nie nein alter okay ich bin auf platz 96 95 94 96 94 93 92 94 94 93 94 94 93 93 93 93 93 93 95 95 mal nicht okay scheiße Nein, Affenmungo, nein Pech Nein, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, oh mein Gott, 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 oh Mann, was soll das jetzt schon wieder, immer diese scheiß Werbung Das wollte ich jetzt nicht. Oh, was soll das Scheiß jetzt? Das Internet 2020 ist doch scheiße. Mal im Ernst. Man möchte einfach irgendwas machen, ganz normal. Da muss man die ganze Zeit, ich bin kein Roboter-Bestätigung machen. Und dann die ganze Zeit überall Werbung, 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 Werbung. Blöde, geldgeile Konzerne einfach nur. Einfach alles geldgeil. Nein. Fuck. Nein. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, jetzt läuft's. Also es läuft halt schon besser als letztes Mal. Jetzt, oh Mann, es lief gerade so gut. Mach doch die scheiß Werbung weg. Also scheiß einfach nur. So, letzte Runde übrigens. Nein. Nein. Okay. 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 Ich will jetzt das Video nicht mit dem Scheiß enden lassen. So. Nee. Die meisten Spiele kann ich nicht. Ähm. Und generell ist es einfach, ja. Ich möchte das einfach nicht überstrapazieren und werde eben damit aufhören. Auch weil die ganzen Rap-Seiten und so eben Probleme haben. Weil eben entweder Hengse wie bei Paper.io oder eben ist die ganze Zeit wird man mit Werbung vollgepumpt und das muss einfach nicht sein. Somit war es das jetzt mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal mit Danz218Tube.